Jo Leute was geht willkommen zu einer neuen Runde Minecraft und heute zocken wir Skywars Ja Skywars habe ich glaube ich noch nie auf meinem Kanal gezockt, ich weiß es gar nicht genau Das liegt eigentlich daran, dass es ziemlich voll ist Ich bin jetzt noch relativ früh dran, deswegen kann man hier noch einigermaßen gut spielen Ich bin Skywars übrigens verdammt schlecht, aber wir werden heute unser bestes versuchen und einfach so viele Runden machen, wie ich Bock habe Und ja jetzt geht es doch direkt los Zack, let's go, wir haben jetzt hier 16 Spieler und ja halt Teams sind verboten Ich bin wie schon gesagt verdammt, verdammt, verdammt schlecht Also bitte nicht haten Das hier wird wohl das Beste sein Schuhe Was hat denn hier angeschaut? Oh nice Ihr seht, ich muss den Angriffsschaden sogar schon nachgucken, weil ich da keinen Plan von habe Äh, ich gebe jetzt Wasser ein, wenn ich mal auf 2 So weiter geht's Hier sind bestimmt noch mehr Kisten, ich habe keine Ahnung Ist das, warte, ist das, nee Das ist doch das dritte Mal Das dritte Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt Skywars spiele Das aller, äh, nee nicht das aller Ich meine das dritte Mal, dass ich Skywars spiele Also, äh, ja, das heißt schon was, dass ich ziemlich schlecht bin, so, ähm, was war ich, brauch ich gar nicht mehr, äh, Schutz 1 rein damit, haben wir schon was, okay, Schutz 1 macht die hier gar, scheiß Lederhose raus damit, äh, hallo, danke, so, oh, da drüben der Kollege dachte ich, kommt erst, aber kommt doch nicht, dann haben wir jetzt ein bisschen ausgestattet und das hier für ein nicer Trank, werfbar Trank der Heilung nicht schlecht, tun noch hier, das ist es zu essen, Rhein-Laber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-A Also, nice Laber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber ab für dennoch zwei hier Prozent Stakes kann man gebrauchen Blöcke ja gut Prozent das war's doch was sie noch geilen Kisten da ist müssen sie ist ja ich glaube drei Kisten maximal auf der Insel also ich hab keine Ahnung ich denke es einfach mal und hofft dass alle Kisten haben jetzt kommen wir mal drauf auf die Attacke machen oder je nachdem wie ich Lust habe was ich jetzt machen möchte Prozent Kürze was Neues Craften wir können uns doch wir können uns im Moment ein neues ist Eisenschwert man weiß nicht ob es ein bisschen besser dass das ist das passiert steigern aber dass man Eisenschwerden dass es müsste Sack Prozent anfangs an sechs Prozent Neues so jetzt hat er noch und schon ganz na gut weiß ich nicht weiter gut ausgestattet ob man das so nennen darf wir werden ausgestattet wir wollen es einfach mal rüber zu ihm oder naja wir gehen wir gehen zu meinem Nachbar da drüben den wir hier unten von hier unten schon gesehen haben weil der sieht äh relativ äh schlecht dass er nicht ganz so gut ist wie die anderen hier also schlecht heißt er genau wie ich eigentlich hoffe ich einfach mal dass er wirklich so schlecht ist äh so wir wollen es mal rüber ich glaube es gibt Schneebelly und sowas also ich könnte jetzt runterfallen äh hab leider keine Enderpearl sonst würde ich mich irgendwie rüber werfen aber äh schade so jetzt geht's hier rüber hier ihr könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare und so und äh ich sehe es auch in den Likes ob euch Skywars gefällt ob ich das mal öfter bringen soll muss mal kurz gucken wo wir sind okay wir sind gleich da zack 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 so wir sind da Kollege hab ein bisschen Angst hab ein bisschen Angst hat er mir ein bisschen Rüstung liegen lassen okay wir gehen einfach mal hoch ich denke er ist schon weg weil ansonsten Herr hat sich glaube ich gewehrt ähm hallo ja gut er ist schon weg ja dann gehen wir einfach mal zu ihm beziehungsweise den Weg weiter meine ich natürlich hallo mit Werkbanken mit Werkbanken äh kommt man da rüber mit dem Sprung ach ich trau mich nicht ich trau mich nicht deswegen bauen wir hier noch ein Stück dran kann man in die Werkbank was dran setzen so ja nice zack 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 so äh gehen wir mal hier weiter laufen wir einfach mal ein bisschen rum äh hier ist aber auch nichts mehr los zu sein wie viele Spieler haben wir da noch drin neun Spieler noch okay äh was hier passiert oh da drüben ist jemand alles klar Leute äh wir machen uns auf dem Fight bereit würde ich sagen ich würde dann mal meinen Goldapfel zu mir nehmen und dann heißt es Kampf da ist gerade eh ein Battle ähm dann würde ich sagen greift mir einfach mal ein und nice 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 jawoll down down da ist noch einer alles klar alles ja okay alles klar Leute äh das hat nicht ganz so geklappt wir haben ein Spieler getötet der war aber auch schon angeschlagen aber trotzdem richtig nice da unten liegt es ohne in den Sachen rum ja schade Leute ich würde sagen wir sind jetzt bei einer neuen Runde wieder äh bis gleich äh Leute ich komm nochmal ganz kurz äh vor der neuen Runde jetzt zurück in die Folge oder wie ich es nennen soll auf jeden Fall ähm ist heute der 1. April wo ich das hier aufnehme und äh der Komma hat ja was ein kleiner Pril-Sherz erlaubt und hat die Map hier so auf Fallschirm gemacht ihr seht äh alles so ein bisschen auf Kopf lustiger Pril-Sherz auf jeden Fall ähm ich würde sagen äh bis gleich so ähm es geht äh los zweite Runde was denn hier ah da ist eine Truhe drunter hab ich ja Glück dass ich da drunter gucke äh zack oh da sind sogar keine schlechten Sachen drin würde ich einfach mal behaupten was haben wir denn da äh einmal ein Schutz 2 Schutz nice Leute direkt erste Kiste äh nicht schlecht auf jeden Fall wer oh Hammer geil Heiltränke Feuerstein keine Ahnung wie der gut ist äh das brauchen wir nicht können wir eigentlich in die Truhe tun äh so schauen wir weiter was hier noch so gibt hier unten müsste bestimmt noch ne Truhe sein jawoll hier ist eine TNT Diamanten jawoll also das läuft doch gut ähm Schutzzeit endet jetzt gerade jetzt lege ich mir einfach mal so nen Scheißhut an vorübergehend hoffe ich zumindest vorübergehend dass wir noch was besseres finden ähm ach da haben wir schon ja ah lolololololol wir brauchen ein besseres Schwert schon erstmal das reinmachen weil ich craft mir zwar gleich ein besseres Schwert aber ich weiß ja nicht äh wie ich das entwickle nachher kommen ja gleich Leute und töten mich da muss ich mich irgendwie wenigstens ein bisschen wehren äh Blöcke Ziegelsteine kann man auch geboren und ein Kuchen ist auch immer nice Kompass keine Ahnung wofür der gut sein soll äh ne dann lassen wir den mal weg äh so ich glaube wir haben alle Kisten die es hier obwohl eigentlich soll es drei Kisten geben denke ich einfach mal hoff beziehungsweise hoffe ich eigentlich auch weil wir haben noch nicht so geile Items es geht es geht so äh erstmal ne Werkbank ne Werkbank brauchen wir nicht mehr warum aber Holz verdammt warum Holz sind hier irgendwo Leute auf uns äh auf dem Weg zu uns nein sind nicht oh scheiße da kommt aber jetzt der erste ja ja fuck da kommt einer und wir haben kein Holz da ist ein Baum komm 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 ich muss die Sicht zuüber halten wenn ich was abbaue oh lol er ist da alter alles klar ok wir müssen jetzt kämpfen wir müssen kämpfen ich würde meine Heiltring gerne noch umlegen habe ich ok nice boah jetzt bin ich gespannt jetzt wird es schwer scheiße ich wollte mir eigentlich noch ein Diamantschwert machen hat es nicht ganz geklappt wie erwartet hoch 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 fuck hier ist es über mir ach bin ich dumm lol er ist einfach ein gutes Schert ok oh wir werden direkt sterben ich glaube wir werden direkt sterben ja ja wir werden drauf gehen wir werden locker obwohl wir haben ja heute hatte Kombo na war klar wir sind tot der Gegner hatte noch vier Herzen ich würde sagen neue Runde aber war ein bisschen bitter ich wollte mir Diamantschwert machen aber war dann leider zu spät äh wie gesagt neue Runde äh so ähm neue Runde wie versprochen und ja wir gehen jetzt einfach mal rein oh nice erste Kiste finde ich zumindest ganz nice äh Enderperle jawoll das ist immer geil die kann man sehr gut benutzen äh Schuhe Feuerzeug da brauchen wir nur ein bisschen TNT dann kann das ganz lustig werden das brauchen wir die Schuhe nicht und ein Schwert mit gutem Schaden äh so dann machen wir mal alles wieder rein zack hier ist mal anlegen bisschen was da ein bisschen Steak Steaks zum Essen Feuerzeug Enderperle so dann haben wir schon mal grob was drin guck mal ob hier unten noch was ah die Kiste äh die Map kenne ich glaube ich oh nice sehr gut Steaks TNT jawoll da können wir gleich ein bisschen Action machen vielleicht und hier mit dir ein bisschen TNT in die Luft sprengen beziehungsweise die Insel hat ein bisschen die Luft jagen hier noch was ansonsten oh nice Schuhe 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 1 dann tun wir die raus machen hier schon zweimal rein ähm ansonsten ist hier ein Kettenhemd wie gut ist wie gut ist denn das ich glaube besser als ein so ein Kack naja ich hier wisst doch ich bin ziemlich unerfahren wie sie jetzt auch Schutz 2 weil das wieder sehr gut rein damit okay glaube ich ansonsten äh haben wir jetzt alles ganz gut ausgestattet ja ganz gut will ich jetzt auch wenn ich sagen ne geht so äh ich gucke hier noch nach anderen Sachen hier oben sollte noch eine Kiste stehen jawohl hier oben steht sie äh was haben wir denn hier Schärfe okay Schärfe 1 das ist Schärfe 2 ein Angriffschaden das passt schon äh ein paar Blöcke brauchen wir beziehungsweise wäre ganz praktisch hier hin werfbarer Trank der Heilung ja gut Schutz 2 hier so ein Hemd hoffen wir es sich lohnt dass wir es anziehen ne Kettenhau Schutz 1 ne doch nicht ich weiß es nicht genau ja ich bin sehr unerfahren Leute ich bin sehr unerfahren ich hab keinen Plan welche Sachen denn gut sind was davon schlecht und alles deswegen mach ich es einfach mal so ich denk das ist das Beste aber ich weiß es nicht so schauen wir mal was das jetzt nicht abgeht der da drüben ist ganz schlicht dabei macht nichts und der Herr da macht auch nicht wirklich was wir können nicht mit einer Enderpelle einfach mal in die Mitte gehen machen wir jetzt gerade auch oh shit haha nein ich hab ich hab noch nie in meinem Leben eine Enderpelle geworfen oder das zweite ne warte ich hab insgesamt übrigens schon dreimal in meinem Leben eine Enderpelle geworfen aber öfter nicht das hat man doch gerade echt gesehen oh mein Gott Leute bitte nicht in den Kommentaren zu dieser Aktion irgendwas reinschreiben das war peinlich ich weiß ich weiß ich weiß also zu dieser Enderpelle Aktion nix reinschreiben bitte also tut mir leid aber ich bin voll der Anfänger äh so wir bauen uns jetzt einfach mal wieder hier nach drüben ganz easy ich hoffe dass sich keiner mit Schneebellen anrückt äh sollte aber eigentlich ganz gut klappen ja rüber bauen ist wieder nicht meine Stärke zack 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 so geht doch ich hoffe der Herr lungert da jetzt nicht wir müssen gleich jetzt nochmal umdrehen äh nein das sieht ganz gut aus vielleicht ist er schon tot vielleicht ist er aber auch schon weitergegangen zu seinem Nachbar also weiß man ja nie oh meine Enderpelle das regt mich echt ein bisschen auf dies ist leider weg also können wir jetzt nichts mehr reißen also das ist übrigens noch zur Info dass die letzte Runde jetzt für heute würde ich einfach so behaupten oh ich hätte was lol ich hätte was runtergefallen äh das würde ich sagen jetzt dass die letzte Runde ist weil oh nice ne doch nicht ähm weil wir haben gleich jetzt wir haben jetzt wahrscheinlich schon 10 Minuten voll und wir machen ja mal 10 Minuten deswegen ist das wahrscheinlich jetzt die letzte Runde so was ist denn hier nichts besonderes fucken wir einfach mal das Haus an äh der ist bei uns der Herr hey warum ist der doof unten ist ein Weg ok warte der wird der wird getrollt jetzt rennen wir rüber haha das wird lustig das könnte lustig werden jetzt renne ich jetzt einfach mal hier unten rüber oh jetzt glaube ich runtergefallen lol ich glaube ich ist runtergefallen wäre natürlich nice denn ja sieht so aus weil da steht nämlich das gestorben und der Typ ist nicht mehr da lol er ist runtergefallen ach zu nice ich bin so doof ich will hier ein bisschen Feuerchen machen und raff es nicht wo ist Wasser oder ich gehe auch immer nach ah hier ist Wasser 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 oh alter puh das äh ist natürlich gut wie ich gerade bin so Wasser wieder eingesammelt ha sehr klug ich will hier ein bisschen Feuerchen machen also chillt einfach äh so hier noch ein bisschen anzünden Action ist mein Ding 2 TNT und Kabumi Action Action Jungs oh shit Leute nice so macht doch das schon viel mehr Spaß haha haus in die Luft gejagt Hammer äh wir gehen jetzt mal wieder weiter zu unserem Gegner nach drüben und schreibt auf jeden Fall mir die Kommentare ich weiß nicht wie ich es schon gesagt habe das ist nämlich gerade mein zweiter Aufnahmeversuch weil da vorher schon ein kleinen Fail ich glaube ich habe es sogar schon gesagt ich weiß es gerade nicht wenn ich es noch nicht gesagt habe Leute schreibt mir die Kommentare ob ihr mehr von Skyward sehen wollt und so also ja äh wir schauen mal ob ihr da oben noch irgendwas in der Kiste da gelassen habt kann ich mir nur schwer vorstellen ja ein scheiß Helm Feuerzeug ist gleich weg deswegen zünden wir noch ein bisschen was oh ich brenne mal wieder richtig klug auf jeden Fall oh shit es geht richtig ab hier es geht richtig ab äh wir sollten das mal vielleicht was essen immer noch ganz cool chillig kommentieren alles gut so weiter geht's ihr seht ich bin richtig gut auf jeden Fall ähm wie viele Spieler sind noch da drei Stück ja wo sind die denn ähm ja gut ähm haben wir noch Blöcke ja hier Ziegelstein war ich schon mal rein wir gehen dann würde ich sagen mal weiter oder ach komm wir gehen zur anderen Seite das ist glaube ich echt besser ich gehe jetzt mal zurück gehen dann zur anderen Seite rüber zum Spieler weil hier in die Richtung sieht es mir nicht so gut aus so hier ist mein eigenes Zuhause und da gehen wir von da nach drüben und hoffen wir dass wir da auch ein paar Spieler treffen ah hier ist schon sogar ein Weg nice äh wer hat noch nicht das mal abgefeuert von mir ah war so klar ich wollte da drüber springen ich dachte das geht aber geht gar nicht oder ich kann es nur nicht zack kurze löschen das beste das beste wäre gewesen hätte ich mich mit Lava gelöscht ey dann dann hätte ich mich so ausgelacht oh nicer Glasweg Hammer äh wo sind denn hier die Leute bitte schön kann man das mir ja sagen ich würde gerne ein paar Diamanten bekommen aber davon muss ich eigentlich Leute töten ok wir können weiter gehen nächste Insel das sehen insgesamt noch drei Spieler aber ich treffe keinen äh hier ist auch keiner hey wir waren nicht auf allen Inseln ah nee das geht wir waren nur bei Weibn nicht auf allen Feuerchen legen weiter geht's hier noch ein Feuerchen haha boah ist das lustig ach scheiße ich weiß gar nicht ob ein Feuer irgendwann wieder ausgeht also wenn es jetzt ähm auf so einem Weg ist das verbreitet sich eigentlich weil das ja Holz wir können jetzt mal die Truhen gucken und auf den Jackpot hoffen aber hier ist nicht so geiles obwohl Schutz 2 das ist gar nicht so schlecht da hab ich auch Schutz 2 drin ja gut wir gucken mal um die Truhe denn das scheint zum Typ zu sein der seine Truhen nicht alle gelootet hat deswegen gucken wir mal kurz äh ja ähm oh besseres Feuerzeug äh es wird jetzt wieder eine etwas längere Folge sehe ich schon aber warum nicht ist ja auch mal wieder ganz nice äh so ein bisschen Feuerchen gemacht ich weiß nicht ob das Feuerchen überhaupt was bringt wahrscheinlich ist eh direkt wieder aus aber egal wir können immer hier gucken ja das ist ein Lodert bis vor sich hin aber äh wirklich was passieren tut dann ich würde gerne ein bisschen TNT bekommen das finde ich ganz lustig und ich würde gerne einen Gegner finden das finde ich auch mal ganz lustig und ist noch eine Truhe aber da würde ich auch nicht besonders drin sein ja natürlich nicht alles rauszuhören aber er hat die geilen Sachen schon sich gegönnt also äh nicht so haben aber mein Schwert ist mich auch ziemlich scheiße aber ich bin einfach kein Spieler ey wo sind die denn ich meine Ender Pöl habe ich leider verworfen ach das in der Mitte einer beide sind in der Mitte kämpft wieder sind die am Team lol die kämpfen doch oder nicht ja ja die Kämpfe einer Tod ja scheiße es sind nur wir beide da da gehen wir einfach mal die Mitte und dann würde ich sagen betteln wir uns einfach mal mit dem was sollen wir sonst machen was soll ich sonst machen wir müssten zum Kampf gehen weil wir sind ja keine ich bin ja nicht ein Assozialspieler der hier rumlummern und nichts tut wir müssen nur ein bisschen aufpassen ja er macht aber nichts ich glaube eine Blöcke werden nicht reichen ist zur Mitte wäre ich nicht so praktisch wenn sie nicht reichen würden äh wo ist er ja ok er scheint er scheint aus der Mitte sich verschollen zu haben oh der hat sich versteckt man weiß es nicht kann ich nicht sagen ein drei zwei zack kein Block mehr ja voll cool jetzt haben wir noch neun Blöcke ja und dann bin ich bin ich blank dann habe ich keine mehr Hammer äh du hast das Schiefen in Schildkröte erzielt cool zack 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 und unsere Blöcke sind alle da ist der Kollege ja jetzt muss ich noch ein paar Blöcke abbauen gehen das ist natürlich behindert oder er muss rüberkommen habe ich aber was zum Blöcke abbauen geht das nicht mit einer Spitze ja Spitze ist klar na der überlege ich schon geht das mit einer Spitze ist schnell na klar Spitze ist ja dafür da wieder habe ich ja wieder nicht gerafft so äh sehr lange Runde jetzt aber ist ja kein Problem wie gesagt oh das Haus ist mega weggefackelt sogar nice äh ich will jetzt hier ein paar Blöcke abbauen ah die gehen schneller ok was soll ich sonst machen also ohne Witz die ganzen Blöcke die ich hatte sind weg zack zack ja der Typ in der Mitte macht aber auch keine Anstalten zu mir zu kommen oder so äh sehr verrückter Typ auf jeden Fall ich hätte keinen Bock müssen zu kämpfen mir ist egal ich werde wahrscheinlich eh sterben aber Leute äh ich bin nicht so auszuziehen und sag mir jetzt ich hocke jetzt in der Ecke rum wir werden zum Fight gehen und deswegen geht es jetzt auch los ähm hier fünf Blöcke und hier sind noch ein paar ja das ist das wird reichen das wird wahrscheinlich reichen äh los geht's weiter bauen in die Mitte ich hoffe nicht dass der gleich wenn ich dann in der Mitte ankomme direkt da lungert das wäre richtig asozial äh aber kann natürlich sein obwohl ich ihn jetzt nicht sehe er scheint eine Verbindung zur Mitte zu haben mit seinem Zuhause und der Mitte scheint eine Verbindung zu bestehen gucken wir gleich mal zack zack ich glaube ich und er sind die letzten Spieler zwei Spieler ich glaube zwei Spieler ist die Gesamtanzahl naja da bin ich mit inbegriffen alles klar ich bin tot äh er schreibt GG äh ja ist das peinlich ist das peinlich äh lol GG er schreibt warum schreibt der BG ja nicht wegen mir ich hab gut gespielt ne aber ich meine ich hab nicht gut gespielt aber ich meine ich hab fair gespielt da kann sich keiner beschweren war auf jeden Fall ein fairer Spiel von mir ähm am Ende bin ich runtergefallen Leute habt das gesehen oh mein Gott dazu muss ich gar nichts mehr sagen ich wusste nicht dass der Stein ähm ja halt nicht haltbar ist oder so war bestimmt jetzt sehr lustig für euch wahrscheinlich so Leute so Leute die den Stein kennen und wissen dass man da nicht sich draufstellen kann dass der halt wie Sandstein runterfällt die haben sich bestimmt gerade richtig Schrott gelacht auf jeden Fall war ne nice Folge oh ich bin müde wenn ihr euch gefallen habt drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben äh mach's gut Servus und ciao auf jeden Fall auf jeden Fall